Hallo meine lieben Freunde! Willkommen zu ReveLegends! Ja, die vorletzte Welt und dann sind wir mit dem Spiel durch. Es ist der Ozean der Opportunitäten und äh... Ich mag keine Unterwasserlevel. Ich hoffe es sind keine Unterwasserlevel und äh... Oh Gott. Oh Gott. Und wie das Unterwasser... Oh Gott. Ich seh das ja jetzt schon. Ich seh das ja... Ich weiß sogar noch wer der Boss war. Oh mein Gott. Puh, das wird nicht schön, Leute. Das ist ne Scheißwelt. Das ist alles... Ich hasse ReveLegends. Oh, was ist jetzt Level? Flinke Flosse. Ja, du mich auch. Du mich auch, Spiel. Du mich auch. Oh Gott. Nehmt euch schon mal Zeit, Leute. Das kann dauern hier. Das wird dauern. Wie gesagt, nehmt euch Zeit. Oh Gott. Ich hab' aber nicht drauf geachtet, ob hier oben noch irgendwas war, aber das ist nie. Gut. Oh Gott. Das wird nix, ey. Ich hab'n bisschen Schiss. Ja, ich will hier nicht schneller schwimmen. Das ist mit dem Vieh. Au. Okay. Das wusste ich nicht mehr. Oh, verdammt. Tut mir leid. Oh, da tut mir jetzt leid. Das hab' ich nicht mehr... Das hat ich nicht mehr auf der Kette gehabt. Okay. 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 Das heißt, die einfach wegschwimmen, wegschwimmen. Okay. So, machen wir das und setzen. So, jetzt kann's losgehen. Schalalalala, den hab' ich sowas von kommen sehen. Au. Die nicht. Ah, die kann ich umbringen, ne? Das gibt's sogar gut. Loops. Da. Ah. Oh mein Gott. Hallo, ihr zwei. Ich hab' Dezent Schiss. Das merkt man mir nicht an, ne? Was? Oh Gott. Ah, schon wieder so. Das sind zwei, aber da... Oh Gott. Oh. Ja, Alter. Ein Secret im Secret. Ich dachte, das gäbe's nur bei Mario. So. Okay. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Ich bin doch auf dem gesprungen. Verdammte Scheiße. Okay. Dann halt noch mal. So. Uno. Man kann hier auf die springen. Okay. Das weiß ich doch nicht. Egal. Auch wenn wir den an jetzt... Springen doch! Oh. Oh. Aber wir haben schon 220 Schluchens, also. Das ist ja schon mal etwas. Alter. Wie viele von denen das sind? Oh mein Gott. Oh. Ey, das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Oh, Entschuldigung. Oh. Ich hab momentan wieder ein bisschen husten und ein bisschen schnupfen, aber... Obwohl ich husten eigentlich gar nicht, eigentlich nur schnupfen, aber... Das ist... Das läuft. Ich glaub nicht, dass ich das TNT berühren darf. Das denk ich mal nicht. Da komm ich nicht durch. Das heißt, ich muss wohl den hier machen. Richtig. Nein. Jetzt hab ich die Dings nicht bekommen. Ich darf da bestimmt... Ah, ich darf da doch gegen schwimmen, okay. Oh. Ja gut. Das hab ich nicht gewusst. Verdammte Scheiße. Könnt ihr mit mir doch nicht machen. Ey. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt krieg ich gar nichts mehr hier. Alles klar, los? Der Anfang war doch eigentlich ganz, ganz... Ganz in Ordnung. Oh mein. Oh mein. Oh mein. Holy. Holy. Oh Gott, ich hab bestimmt schon so viel übersehen. Ich hoffe einfach mal, da war jetzt nichts mehr. Okay. Oh Gott, ich hab bestimmt so viel übersehen. Jawohl. Ich hätte ganz gerne... Ach, hier geht's weiter. Okay, danke. Ich will wieder hoch. Dann ist hier unten wahrscheinlich noch ein Secret. Ja. Ich hab ein bisschen Angst, dass ich den König... Ach du... Ach du... Der König muss hier... Ne. Ich muss noch mal hoch. Ich wette... Der König ist bestimmt hier irgendwo. Und den König möchte ich nicht übersehen. Da kann ich nicht durch, ne? Ne. Okay. Ja gut. Musste ich ausprobieren. Oh, wenn der König hier nirgendwo ist. Ah, komm schon. Aha. Aha. Okay. Oh, ich will den König echt nicht übersehen. Ich will hier nicht nochmal rein. Das Level ist absolut beschissen. Und so wird wahrscheinlich noch die komplette Welt werden. Ihr seht schon, komm. Bleibt hier. Verdammt. Egal. Bitte, lass hier den König irgendwo sein. Ja. Ja. Oh mein. Ich hab nur gesehen, dass diese Scheißsäule in den Boden ging. Holy. Warum darf ich jetzt... Okay, das war dezent geil. Das war dezent geil. Da hab ich gefeiert. Aber ich hab jetzt 500 Looms, ey. Ich hab doch gar nicht so viel übersehen, oder? Nein. Oh, die waren jetzt echt wichtig. 528. Was mach ich denn da? Da war ich jetzt schon, ne? Ja, gut. Egal. Hab ich nochmal hier die Chance. Und hätte sie gerade schon beinahe wieder verkackt. Ich hab sie verkackt. Ey. Ich bin schon so ein bisschen grenzdevil, ich weiß. So klar, dass da unten einer ist. Ich brauch jetzt alles, was ich finden kann. Aha. Das sieht aber sehr gut aus. Das sieht so aus, als ob ich das noch hinkriege. Ja, ich hab 600. Oh, dankeschön. Ich muss hier nicht nochmal rein. Das erfreut mich. Aber verdammt sehr. Ha, leckt mich. Ich geh einfach nur noch hier raus. Bowling. Schade. Oder Kegel, was auch. Ja, war Bowling. Kegel ist mir komplett anders. So. Oh, ich muss da nicht mehr rein. Oh mein Gott. Thanks Gott, ey. Boah. Danke. Für Gold. Vielen Dank. Der Ort zehrende Opportunitäten. Vielen Dank. Gebt mir meine 10... Meine 10 Kleinlinge. Vielen Dank. Das ist das nächste Level. Fauler Fisch. Yay. Was haben wir hier? Ein Level. Die Mutter aller Albträume. Ich glaube, das ist der Endboss. Naja. Meine Freunde, der Part ist sehr kurz. Ich weiß, aber... Wenn ich jetzt noch ein Level mit 10 Dings machen würde, dann wäre das wieder zu lange. Und das will ich nicht. Und außerdem, so lange geht das Projekt nicht mehr. Da könnt ihr euch vielleicht über ein paar Parts mehr nochmal ein bisschen freuen. Ich habe echt keinen Bock auf eine Unterwasserwelt, aber... Was soll ich anderes machen? Das geht nicht. Naja. Ich muss da jetzt durch. Mit all meiner Kraft. Mit meiner Manneskraft, die ich habe. Also gar nichts. Ja, genau. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet demnächst mal wieder einen zum faulen Fisch. Und ich sage es da hin. Tschüss. Tschüss.